Das waren doch nur was tun, weil die Schnappschüsse. Ach ja, das stimmt doch gar nicht. Sie sagt, ich bin doch Blödsinn. Sie hat meiner Freundin gestern den letzten Schnaps abgekauft. Und dann sind sie uns in die Table Dance angefolgt. Aber das ist ja nur noch verboten. Ja, aber warum haben denn die Bilder aus der Table Dance Bar nicht gerangt?